So und jetzt mache ich meine Arme hier weit nach vorne, mache meine Hände zusammen. Haben wir schon mal gemacht? So, dass ihr die Daumen parallel heinander habt. Macht das mal an. Ich kann es so. Ne, bitte macht das jetzt mal so. So, ihr holt die Hand, legt die in die andere und dann zusammen. So. Genau, genau so. Jetzt stecke ich meine Arme so weit nach vorne, wie es geht. Und die aneinander, genau. Okay, und jetzt rücke ich mich noch leicht nach vorne. Und, ich komme mal ein bisschen her. Sie wirken jetzt den Ball, ich frage ja jeweils, okay? Kommt ruhig. Ich mache nochmal, ein bisschen gerader werfen. Warte mal. Nee, zu langsam. So, okay. Okay, nochmal. Werf mal so, okay? Warte mal so. Okay, noch mal genau so, das war gut. Warte. Noch mal so die Eben. Ich stehe bereit auf die Stellung. Weiß noch nicht, dass der Ball kommt. Und dann kommt der Ball. Warte. Wir machen das gleich.